Kanarische Überlegungen vom 17. November 2022 Nun habe ich endlich den Jackpot geknackt. Leider nicht den, von dem ich es gehofft hatte. Den mit den 120 Millionen, ihr wisst schon. Ich hatte nämlich getippt und hörte zwischenzeitlich, der oder die Gewinnende aus Berlin hätte sich noch nicht gemeldet. Viel Raum für Fantasien aller Art also. Zum Beispiel eine großzügige Spende an das Land Berlin, zweckgebunden für eine reibungslose Abgeordnetenhauswahl. Oder analog zur einstigen Aktion der FDJ mit abgeknickten Fernsehantennen, eine Prämie für all jene, die durch Manipulation den Empfang von Russia Today unmöglich machen. Montagabend wurde ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Fühlte mich wie vom Bus überfahren. Wer jetzt fragt, von welcher Linie wird aus der Freundesliste entfernt. Es war jedenfalls nicht der notorisch überfüllte M41 und auch nicht der hiesige Flughafenbus Linie 66. Am dritten Tag wirkte meine fünfte angepasste Impfung. Die mein Hausarzt mir nur eine Woche vor Urlaubsbeginn mit den Worten verpasst hatte. Wie schön, dass du so dick bist, da kann ich das jederzeit rechtfertigen. Wir haben ein Vertrauensverhältnis. Vermutlich dachte er, ich hätte hier pausenlos Herrenkontakte. Menschen, die mich seit Jahren gut kennen, mussten mit verstaunen offenstehendem Mund erfahren, dass ich 36 Stunden lang nicht den geringsten Appetit hatte. Mein Mund blieb also zu. Heute Morgen klopfte ein festlich in bunte Schutzkleidung gehülltes, leidlich deutsch sprechendes und aus fünf Personen beiderlei Geschlechts, sofern eine Beurteilung durch Plastikfolie hindurch möglich ist, bestehendes Komitee an die Tür der Ferienwohnung, stellte sofort ungefähr vier Füße in den Spalt, als ich zögerlich und mit Maske öffnete, besprühte mich so dann mit Isopropanol und hieß mich im Club der Kennen wir, hatten wir, brauchen wir nicht mehr Menschen willkommen, einer weltweiten Verbindung, deren Mitglieder freien Eintritt bei öffentlichen Vorträgen von Verschwörungstheoretikern haben, wenn sie sich zuvor bereit erklären, dort mit faulen Eichern zu werfen. Ich fühlte und fühle mich überaus geehrt. Meine Frage, ob ich auch die Genehmigung hätte, Leuten eine reinzuhauen, die mich, wie auf dem Weg hierher geschehen, anschauen, als ob ich vom Mars käme, weil ich zu den ca. 15% Fluggästen gehörte, die noch eine Maske trugen, wurde mit dem Hinweis verneint, das führe immer zu Missverständnissen mit dem Bordpersonal.